Moins liebe Leute und willkommen wieder zurück zu Zombie ohne Ehe. Weiter geht's hier. Wir müssen ja die Medikamente finden im Tausch zu Sprit. Ja, guck mal jetzt einfach mal wie wir da hinkommen. Den Code da hinten muss ich aber noch gucken, wenn ich da mal wieder irgendwie was bei so drei Bäumchen in die Hütte reinkommen. Zum Scannen von dem Code. Ja, ich hoffe ich kann mir das bis dahin merken. Hä? Wir müssen da hinten hin. Ah ja. Ah. Okay. Ich nehm mal dann hier, wa? Gut, hier haben wir ja überall nichts. Keine Karte. Das heißt hier muss irgendwo wieder so ein Gerätchen da sein. Ja, hier ist auch überall nichts. Genau. Gehen wir uns einfach mal da rein. So, schauen wir mal. Wollen wir das da finden? Ich hoffe natürlich mal nicht, hier wieder so Explosions-Zombies da zu sehen. Darwin Yard. Oha. Oha. Okay, hier ist nichts. Nee. Wenn wir jetzt nicht hier so irgendwas. Ja, die Tür halt. Aus uns nicht. Okay. Hä? Hä? Na, da oben ist jede Menge los. Wahrscheinlich wieder Ratten. Oder so. Hey, dieser Kindergarten sieht gar nicht wie ne Todesfalle aus, oder? Es ist noch nicht zu spät, einfach die Tankstelle zu stürmen. Na, meinetwegen. Es ist deine Beerdigung. So. Der ist schon mal weg. Da hätten sie noch welche als die normale, ne? Ja. 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 Okay. Hm. Ah. Nice. Perfekt. Die Karte. Hm? Ah, das kann er jetzt nicht auch machen, ne? Der stirbt? Nicht mein Problem. Was willst du überhaupt mit der Tür? Du wolltest doch sterben, oder? Eigentlich nicht. Ja, okay. Da komme ich nicht hoch. So. Alles mit dem hier. Ja, ne, loswer die da. Hi. So. Gut. Hier ist nichts. Shortcuts. Ja, da hinten wieder. Der nächste. Ja. Ah. Einer mit Helm. Quatsch. Alles klar. So. Was hier? Haben wir nicht. Äh. Hm. Da hinten sind noch jede Menge. Das ist normaler, ja, ne? Na dann. Nix. Passt. Da ist der Raben. Toten Hund. Pio. Ist auch der Rabe da hinten. Ah. Hi. Gut. Da hätte ich jetzt auch reinkommen können. Ja. Aber sonst ist hier relativ nichts los, ne? Hm. Na dann. Gehen wir einmal da in die Hütte rein. Gehen wir mal da hinten hin. Pass auf da drin. Ich habe auf dem CCTV-Monitor gesehen, wie sie überrannt wurden. Wie die Betreuerinnen und Kinder gelaufen sind. Keiner kann raus. Hi. Oh, im Kindergarten. Ich wusste, der wächst hier meine Tochter aus der Kita abholen. Ja, geh mal oben drüber. Ha. Aber hier gibt es ja wohl auch so einen CCTV-TV. Hä? Hm. Nö. Vergiss nicht, du bist wegen der Medikamente hier, klar. Hol sie und verschwinde. Mach doch mal keinen Stress. Nö, ja, okay. Oh ja, ist auch kein so ein Kasten. Gut, mach doch mal weg. Aus dem kleinen Shortcut. So. Gut. Weiter. Boah. Fick dich. Alter. Boah. 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 Das wusste jetzt doch sein, ne? Na. Da. Ja. Gut, auf, bevor es da rein. Schau mal, was wir hier noch mal. Was bist du? Nix. Okay. Ja. Hier ist aber auch nichts. Na gut. Schau mal da noch kurz rein. Na, war klar. So. Hoch oder runter? Das ist jetzt die Frage. Runter ist das Missionsziel. Gut, dann schauen wir uns mal um. Also nach Erste-Hilfe-Kästen-Ausschau. Dort bewahren Sie die Medikamente auf. Jep. Machen wir gleich. Na. Auflassen. Die da, wa? Na toll. Ha. Aber da gibt es auch keinen so einen Kasten. Nee. Achso, da würde ich wieder rausgehen. Nein. Okay. Shit. Jetzt komme ich hier nicht mehr rein. Muah. Fail. Gut. Nochmal. Also hier rein. Fuck. Äh. Höp. Na ja. Da gehen wir halt doch runter. Äh. So. Genau. Da war der Hurensohn hier drin. Hä? 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 Nur so einer, ja. So. Gott. Einkriechen. Machen wir doch mal. Gut, keiner da. Jetzt habe ich schon wieder aufschlüsselgefasst gemacht. Gab hier, Muni. Das ist ja auch noch mal weg. Die tolle Stange hier. So. Ach, guck mal hier. Nice. Online. Äh. Ah, genau. Da war jetzt der Weg hier. Also schauen wir uns mal hier rein. Was war das? Hä? Aha. Ne Keycard. Sehr schön. Okay. Okay. Nope. Ach, für hier dann? Okay. Äh. Ja, dann aber dazu was. Wenn wir mal hier. Okay, hier ist nix. Da ist nix. Da dann. Verschlossen. Na toll. Jetzt komme ich echt nicht drüber oder was? Ah. Außenrum ist auch eine Nötigkeit. Für so eine Tür brauchst du eine Keycard, wenn du noch keiner gefunden hast. Ja, hier, ne? Zack. Was ist jetzt? Wie geht? Flüchte aus dem Kilo-Garten. Ja. Dann geht's auf jeden Fall runter. Hä? Hilfe. Was war das jetzt schon wieder? Alter. Was war das jetzt? Hä? Dummes, hih, stirbt jetzt! Stopp! Alter! Boah! Boah! Ja! Alter Falter! Boah, fuck! Gut, jetzt hab ich grad fast die Kontrolle fallen lassen. Scheiße, ja! Ah, okay! Okay! XX7 Äh, okay! Also... X7 7, ne? Ja! X7 7x Da hinten 377 X Äh... 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 Wo ist das letzte? Was der? Da! Okay, 377 0 Foto eingeben 377 c4 ach guck mal ein mp lassen wir den jetzt da und eine ump von 40 wenn ich nicht irre damit kannst du dir alles vom hals halten ja genau deswegen habe ich sie auch geholt die waschkeller da wird ein hart eingelassen ok die wir haben...oh scheiße so huu genau warte mal das werden wir jetzt aber mitnehmen wir haben doch bestimmt hier irgendwelchen Müll noch ja der kommt auch weg das auch einmal dat Schrotgewehr-Amonie und jetzt hier aus der Hilfe Kasten Pistole-Amonie ah sehr schön kann man kurz nachladen so und das weg boah ok was hat k jetzt schon erschein Oh. Können die jetzt nicht einfach abkacken. Ja okay. Ist auch weg hier. Hä? Ha! Nice. So. Da sind wir jetzt erstmal weg. Kindergarten und so hat Hammer. Als Shortcut. Beziehungsweise hier als, ey. Genau, als Shortcuts. Haben wir eigentlich fast gar keine wieder, ne? Hm. Hä? Hä? Weiß nicht, will ich so irgendwas? Tierfleisch. Nee. Wenn ich da nochmal reingehe. Eigentlich durfte das Ding ja hier die Shortcuts auch finden, ne? Schlüsselregelnsaufwertung. Ah. Gut. Ja, aber sonst... Sieht irgendwie nach nichts aus. Dass es hier oben was gibt. Ne. Hm. Na ja. Da ist das. Kommen wir unten durch. Tierfleisch ist völlig hupe. Seht ruhig. Achso, hier. Hä? Die Tür ist versperrt. Verdammt. Ich versuche sie von hier zu öffnen. Gib mir eine Minute. Kommen wir jetzt von uns, oder? Augen auf Soldat! Infizierte kommen! Ja, war ja klar. Ja. So, da hinten kommt. Zwei, drei... Seid ran! Ja, ich mach jetzt erstmal die nach. Gut. Was ist denn da? Ja. Oh. Ich mach so schnell, ich kann. Du hast Frequenz voller Ideen zugestimmt. Hast du es vergessen? und was darfst du tun? Durchhalte! Ich bin fast fertig. Lass mich jetzt nicht fängen! Geh nicht. Gott. Der Koste ist auch weg. Nehmen wir jetzt den da. ich habe hier doch ein gut keiner was mit nö, na toll, aber egal, Tür ist offen sehr schön hier war auf jeden Fall schon wieder so ein Haus dran das heißt, hier willst du ja irgendwo der Shortcut dann sein ja, da schön frisch halten hier ah, geil so, natürlich auch gleich mal benutzen Baconfields äh, da ab, zurück, aus mal dahin eine Runde pennen und mal noch kurz die Waffen upgraden was ein Stress hier das alles aber ich glaube jetzt echt hier statt Sniper äh, oder aus mal statt die AK, nehme ich jetzt aus mal die MP achja, da war jetzt hier alles dunkel macht aber nichts genau, aber nimm mal die da ja so, kurz da hin kein Strom, aber die Bildschupe funktionieren ne so, wo ist jetzt die AK äh, die ULP, genau da ja definitiv höheres Kapazität äh, höhere Kapazität na, noch schneller schießen brauchst du eigentlich nicht die eigentlich auch nicht äh ach komm leveln wir die jetzt auf Maximum auf passt schon so genau, passt dann lege ich mich hier so mal schlafen und dann mach's das für diese Folge auch erst mal äh, ich sag mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen ja und beim nächsten Mal geht's hier weiter gehen wir die Medikamente abholen den Sprit gehen hier wieder zurück wahrscheinlich und dann mal gucken wohin dann als nächstes und ja, reicht auch erst mal nicht bis heute wünsche ich euch was haut rein servus und ciao bis heute